Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ich möchte vielleicht einen Satz nochmal aufgreifen. Natürlich ist eine Bienengesellschaft keine menschliche Gesellschaft. Im Bienenstock gibt es eine Königin und viele Arbeiter. Eine Biene lebt nicht viel länger als vier Wochen bei der harten Arbeit, ist auch genetisch vorprogrammiert und ist ja auch so, dass wenn eine Biene in den Stock einfliegt und allein anders riecht, wird sie totgebissen. Also es ist nicht ein sehr demokratisches Verhältnis an der Stelle. Gleichwohl gehört die Bienen natürlich zu den wichtigsten Nutztieren auf der Erde. Neben der Honigproduktion haben Bienen herausragende Bedeutung für den Obstbau und die Landwirtschaft. Wichtige Kulturarten und Wildarten sind auf Fremdbestäubung angewiesen oder ziehen dann aus dieser Fremdbestäubung einen wesentlich höheren Ertrag, als sie es sonst gehabt hätten. So sind 80 Prozent ungefähr der heimischen Pflanzen auf Insektenbestäubung angewiesen. In der Vergangenheit gab es gerade in den Wintermonaten Sterbereignisse von Bienenvölkern. Spezifische Gründe konnten für das sogenannte Colony Collapse Disorder-Syndrom, also das umgangssprachlich an der Bienensterben, nicht ausgemacht werden, zumindest nicht ein Faktor. Vielmehr ist oft, wenn sich das Zusammenspiel verschiedener Faktoren für den plötzlichen Bienenschwund und das Mysteriose, Bienenmassensterben, verantwortlich. Hier gehören insbesondere die Varroa-Milbe, die amerikanische Fallbrutstress, aber auch ein mangelhaftes Nahrungsangebot. Umso erfreulicher ist es deswegen auch, dass innerhalb der letzten fünf Jahre sowohl die Anzahl der Imker als auch die Anzahl der Bienenvölker im Mittelformer zugenommen hat, wenn man sich zumindest auf die Honigbiene konzentriert. So meldet die zuständige Tierseuchenkasse des letzten Jahres von Mittelformer ungefähr 30.000 Völker, die von rund 3.200 Imkern gehalten werden. Dies entspricht einem Zuwachs von 25 Prozent bei den Imkern und 18 Prozent bei den Bienenvölkern. Also eine durchaus positive Tendenz. Offensichtlich greifen hier auch die Fördermaßnahmen des Landes und die Zusammenarbeit zwischen Landwirten, Obstbauern und auch Imkern. Einige Beispiele wurden von den Vorrednern hier schon genannt. In den zurückliegenden Jahren wurden seitens der Landesregierung zahlreiche Fördermaßnahmen zur Unterstützung der Imkerei aufgelegt. Hierzu zählen unter anderem die Förderung und Unterstützung der Bienenzucht und Bienenhaltung mit dem Vorkmann insgesamt, Schulungsmaßnahmen für Anfänger, Imker und Bienensachverständige, die Förderung der Zucht auf hoher Toleranz, die direkte Bezuschussung von Ausrüstungsgegenständen oder die Fördermöglichkeiten der Landwirte im Rahmen der Agrar- und Umwelt- und Klimaschutzmaßnahmen zur Anlage von Bienenweiden oder auch extensiv genutzten anderen Stücken. Insbesondere das Anlegen von sogenannten Bienenweiden, unterstützten Landwirten und die Imkerei in unserem Land. Denn nur mit einem ausreichenden Trachelangebot über den Großteil des Jahres hinaus kann die Existenz der Bienen über eine gleichmäßige Nahrungsgrundlage gewährleistet werden. Allein zur Eigenversorgung brauchen ein Bienenvolk ca. 50 kg Honig und 20 kg Pollen pro Jahr. Gerade im zeitigen Frühjahr und insbesondere ab der zweiten Sommerhälfte finden Bienen nur spärliche Futterquellen. Damit die Bienen eine ausgewogene Nahrungsgrundlage halten, muss ein fließender Übergang zwischen den Blühzeiten einzelner Pflanzenarten erreicht werden. Zur Verbesserung des sogenannten Trachtfließbandes gibt es eine ganze Reihe von geeigneten Maßnahmen. Dazu gehören zum Beispiel Zwischenfruchtanbau, Bienenweiden, mehr gliedrige Fruchtfolgen und ein breiteres Fruchtangebot im Bereich der Landwirtschaft. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch die Etablierung von dauerhaft angelegten Biotopen oder von ein- und mehrjährigen Blühstrafen, die anschließend wieder aggerbaulich genutzt werden können, ist hier nur ein Anliegen im Interesse der Imker. Dabei darf es aber nicht dazu kommen, dass wir eventuell mehrere Blühflächen aufgrund der extensiven Nutzung zu Schutzgebieten erklärt werden. Einen Effekt haben wir ja teilweise auch bei Stilllegungsflächen und extensiven Grünland auf Ackerflächen zum Beispiel, dass der Status dort nicht verloren geht, sonst sind also Landwirte auch kaum bereit, hier extra Flächen anzulegen. Natürlich klang auch schon an, spielt auch die Bildung in allen Bereichen des Lebens, so auch im Bereich der Imkerei eine entscheidende Rolle. Nur wer Zusammenhänge kennt, kann auch die richtigen Entscheidungen treffen. Insofern ist meine Fraktion und sind wir sehr froh darüber, dass das Thema Bienen heute auf der Tagesordnung steht, nur nicht allein wegen des süßen Bees oder der anderen Bees, sondern für meine Fraktion steht fest, dass der Schutz der Bienen im Interesse der Imker, der Landwirte, der Obstbauern und der gesamten Gesellschaft liegt. Das wird auch in der Zukunft so sein und bleiben. Deswegen werden wir in der nächsten Landtagssitzung einen konkreten Antrag einbringen, der sich mit Problemen der Imkerei in unserem Bundesland befassen wird. Haben Sie recht. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Herr Abgeordneter.